Töne merken heißt das Spiel. Das macht doch jetzt richtig Sinn. Warum macht das richtig Sinn? Ja, ich habe gerade schon gesagt, vielleicht das Gehirn muss jetzt auch wieder ein bisschen Sauerstoff bekommen von euch. Also, es ist ganz einfach. Ihr habt hier vier farbige Felder und die geben jeweils einen Ton von sich. Pro Durchgang leuchtet immer ein Feld mehr auf. Ihr müsst diese Felder in der richtigen Reihenfolge wieder ausknipsen. Ihr spielt immer abwechselnd. Das heißt, der nächste Spieler hat immer ein Feld mehr, logischerweise. Wer als Erster einen Fehler macht, verliert den Durchgang. Wer als Erster zwei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Die Münze entscheidet, wer anfängt und dann immer im Wechsel. Nicht allzu hektisch werden, immer schön. Jetzt geht die Mitte. Aber ist es immer die gleiche Reihenfolge und immer einer mehr? Genau. Es ist immer die gleiche Reihenfolge. Also wie Koffer packen und immer eins. Genau. Ganz genau. Ihr könnt euch das hier hingehen und das hier euch angucken. Ihr müsst nicht unbedingt da stehen bleiben. Wir machen hier gleich eine Probe. Dann könnt ihr ja gucken. Also du würdest jetzt anfangen. Wir machen nur ganz, ganz schnell. Es ist immer was Neues. Es ist immer Zufall. Ich starte das System. Heiß. Das war's, oder? Ja. Heiß. Ne, warte, warte. Heiß. Heiß. Es kommt ja eins dazu. Jetzt. Heiß. Kopier ich nicht. Nochmal. Heiß. Jetzt leuchtet's wieder auf. Heiß. Heiß. Kuckuck. Heiß. Heiß. Kuckuck. Falsch. Was war das? Falsch. Ja. Heiß. 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 Kuckuck. Falsch. So. Okay. Ihr habt's also verstanden. Heiß. Heiß. Kuckuck. Falsch. Schlau. Schlau. Das wäre dann, wenn's falsch ist. Also beide haben das Spiel verstanden. Äh, ich glaube ja. Gut. Ihr wollt auch noch stehen bleiben. Das ist auch okay. Du fängst an. Ja. Alles klar. Ja. Dann geht das Spiel jetzt los. Schlau. 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 Heiß. Schlau. Heiß. Schlau. Heiß. Schlau. Schlau. Heiß. Schlau. Schlau. Heiß. Schlau. Heiß. Schlau. Heiß. Schlau. Heiß. Ach, dumm. Ja. Schlau. Damit erster Durchgang an Fabian. Spiel hast du verstanden? Du musst es immer so wiederholen, wie das angezeigt wird. Hast du noch eine Frage? Frag ruhig. Ne. Ne, bringt ja nichts, wenn du das nicht verstanden hast und dann dadurch verlierst. Also es wird immer, fängt immer, du musst es immer weiter wie das Kofferpacken spielen. Ich packe meinen Koffer mit dem Hemd, ich packe meinen Koffer mit dem Hemd, Handtuch, Schuhe. Genauso wie hier, genauso immer einer mehr. Okay? Zweite Runde. 1-0 für Fabian, du fängst jetzt an. Und los. Pommes. 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 Kalt. Pommes. Kalt. Pommes. Kalt. Pommes. Kalt. Pommes. Kalt. Pommes. Pommes. Kalt. Pommes. Kalt. Pommes. Kalt. Pommes. Pommes. Kalt. Pommes Aua Pommes Kalt Pommes Aua Pommes Pommes Aua Pommes Kalt Pommes Aua Aua Pommes Kalt Pommes Aua Pommes Pommes Kalt Pommes Aua Aua Pommes Pommes Das war's Das war jetzt mal ein schönes Spiel Da warst du so gut konzentriert Ja Neues Lieblingsspiel zu Hause wahrscheinlich, gibt keine Daten mehr So Also Punktgestand Nach diesem Spiel, das ging jetzt ein bisschen flott 20 zu 8 Führt jetzt Fabian Hambüchen Das war's